Ich bin Florinda und ich war lange Zeit arbeitslos. Für mich war es nicht so einfach. Ich habe ziemlich schlechte Zeit erlebt, aber die haben sich zum Glück jetzt wieder zum Garten gewendet. Seit ich in der Startbahn war, habe ich eigentlich gemerkt, dass man ohne Lehrstelle, ohne irgendetwas Fixes einfach nicht weiterkommt. Kalitas oder beziehungsweise die Startbahn habe ich in dem Sinn unterstützt, dass sie mir immer wieder Mord zugeredet haben. Sie haben mich aufgenommen. Sie haben zwar gemerkt, dass sie da zuerst mal nicht so begeistert davon war, aber ich bin denen einfach auch allen so dankbar. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe gemerkt, dass sie Gottes für mich wollen, dass sie mir nicht schlechtes wollen, dass sie mir helfen wollen, dass sie für mich da sind. Ohne dir wäre ich glaube ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich würde meinen eigenen Schatten zuspringen. Das wäre meine größte Herausforderung. Ich habe am Anfang gar nicht mehr daran geglaubt, dass ich an dem Lernungswettbewerb überhaupt irgendetwas gewinnt. Was ich dann ganz schlussend mit Namen aufgeräuft habe, dass ich im Gesamtbewertung 2. Platz und denen gesehen habe, dass ich um 5 Punkte die Landesmeisterschaft nicht geschafft habe. Ich war eine Zeit lang arbeitslos und ich bin den Weg gelaufen, den ich laufen wollte und den habe ich natürlich auch erreicht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020